Es gibt eine neue Art, Ihr Training zu verbessern, Gewicht zu verlieren, fit zu bleiben und Ihrem Körper neue Energie zu geben. Wir präsentieren Gymform Vibromax Plus, ein unglaubliches Fitnesssystem, das alle Muskelgruppen Ihres Körpers auf unglaublich schnelle Weise trainiert. Es verbrennt Fett, formt die Muskeln, verbessert den Muskeltonus und trainiert den gesamten Körper. Nach der Benutzung brauchen Sie das Gerät nur zusammenzuklappen und dort zu verstauen, wo es keinen Platz wegnimmt. Das Geheimnis dieses Gerätes ist die Oszillation. Das schnelle Oszillieren der Plattform um jeweils 8 Grad überträgt die gesamte Kraft auf die Muskeln des Tonso und bewirkt eine Bewegung des gesamten Körpers. Dabei wird jeder Muskel 30 Mal pro Sekunde angespannt und entspannt, 1800 Mal pro Minute. Eine Trainingseinheit von 10 Minuten mit dem Gymform Vibromax Plus kann dem Laufen auf einem Laufband mit 160 Stundenkilometer entsprechen. Bei dieser Beschleunigung verbrennen die Muskeln sehr viel Energie. Das Herz-Kreislauf-System wird stark trainiert, die Kondition wird verbessert und der Körper insgesamt wird gestärkt. Programm 1 gibt Kraft und Energie. Programm 2 verbrennt Fett. Programm 3 enthält Aerobe- und Anaerobe-Phasen. Programm 4 ist manuell und erlaubt das Variieren der Geschwindigkeit von 1 bis 20. Programm 5 misst den Körpermassenindex und zeigt, wie viel Fett verbrannt wurde. Zahlreiche Studien auf der ganzen Welt beweisen, dass die Technologie der Vibration und Oszillation funktioniert. Diese einzigartige Art der Vibration bewirkt, dass alle Muskelgruppen des Körpers reagieren, sich anspannen und entspannen und somit intensiver und länger als je zuvor arbeiten. Sie trainieren Muskeln, die Sie bisher nicht gekannt haben. In sehr kurzer Zeit sieht man die Ergebnisse. Dieses Gerät hilft, den wohlgeformten und sexy Körper, von dem Sie immer geträumt haben, zu bekommen. Ein großer Vorteil des Gymform DiPromax Plus. Training ohne Schläge und Stöße. Ein Verschleiß der Knochen und Gelenke, wie beim Laufen auf harten Flächen oder Bändern, wird vermieden. Die beste Art und Weise, Knochen, Gelenke und Bänder gesund und stark zu halten. Frauen lieben Gymform DiPromax Plus, denn die Vibrationen reduzieren die Zellulitis durch Anregung der Lymphzirkulation. Außerdem werden Gesäß- und Oberschenkelmuskeln gestrafft. Ohne große Anstrengung und mit nur 10 Minuten pro Tag auf dem Gerät können Sie diesen Wandel oder diesen Wandel erreichen. Noch nie war es so leicht, den lang ersehnten, attraktiven Körper zu haben. Außerdem erhalten Sie ein Maßband, ein Trainingsprogramm und einen Ernährungsplan. Das ist aber noch nicht alles. Sie erhalten dieses fantastische Miniradio, um sich während der täglichen 10 Trainingsminuten zu unterhalten. Der Gymform DiPromax Plus ist mit einem Hightech-LCD-Display, 5 Programmen und 20 Intensitätsniveaus ausgestattet. In sehr kurzer Zeit sieht man die Ergebnisse. Gymform DiPromax Plus.